Das war gar nicht einfach. 1 zu 0, 4 Minuten, 12 Sekunden waren genau gespielt. Gegen keine Mannschaft trifft er öfters in der Bundesliga als gegen Rapid und das hat er sauber gemacht. So, kleine Ermahnung hinterher, das muss schneller gehen mit dem Torjubel, das von Schiedsrichter Thomas Einwahl am wir blicken. Noch einmal hinausgespielt von Linker für Florian Klein, der verpatzt eigentlich schon den ersten Ball, aber auch sein Gegenspieler. Und dann hat er viel zu viel Platz, Linz einmal kurz angenommen und auch das kann er sich hier erlauben und dann drückt er den Ball ganz sauber drüber. Schaut alles zu, aber sein direkter Gegenspieler hier, ich denke Zuma vor allem zu weit weg, der steht da 3, 4 Meter hinter Linz, statt dass er dran pickt am Austria-Kapitän, am Topscorer und damit die Austria also mit einer...